hallo leute und herzlich willkommen zu meinem kanal heute habe ich für euch den eco blister zu lego und indiago der serie 8 wir haben ja schon ein blister sozusagen geöffnet das war glaube ich der hier wenn ich mich täusche heute ist der hier dran und die anderen zwei folgen in dem sinne starten wir mal mit diesen wunderschönen eco blister 599 vier booster und eine limitierte gold karte und richtig ja wir haben jetzt sechs karten im booster aber dafür haben wir auch nur booster und ein booster kostet 150 deswegen jetzt nur noch vier booster in dieser blister box dann würde ich sagen wir öffnen das teil jetzt mal wunderschöne karten viele sagen dass diese serie nicht so schön wäre ich persönlich finde sie aber wirklich gelungen deswegen machen wir jetzt mal auf und schauen was wir ziehen das eco blister nummer zwei nummer eins findet ihr auf meinem kanal und hier ist dazu schon mal die limitierte gold edition karte nämlich team ohne gamadon und leute eine sehr schöne karte wunderschöne reflektion und wenn ihr eine motorsäge hören sollt oder wenn ihr eine motorsäge hören solltet dann liegt es daran dass der förster da draußen gerade wissen abgeht mit der säge und ein bisschen baumstämme stümpft aber das sollte uns ja keinen abbruch machen und wir genießen einfach mal diese karte sehr schön gelungen der und die leute sieht krass aus mein sohn hat die platium karte gezogen vorgestern oder so hammer teil wirklich und hier sind 1234 booster und mal gucken ob wir auch sowas ziehen oder vielleicht sogar eine goldschwarze karte wo das wäre bombe booster nummer eins von ecoblister bluster blaster vielen dank für den support wollte nur mal sagen mit eurem like und eurem kanal abonnieren helft ihr mir schon sehr das ist alles kostenlos und bringt mich natürlich dementsprechend mit dem hobby weiter somit kann ich euch auch dann viel mehr bieten vielen dank erstmal dafür soll haben ein poster element da ist die leute dieser ohne leute oder diese drachen leute dann haben wir ein brecher klassischer black ninja gefolgt von antikes gemälde dann haben wir duo power pythor und asphäre diese angriffsattacke von dieser python ist der hammer die vorletzte ist power totenkopf magier und wir haben schön wir haben action crystallized auto mechaniker hat was nur guckt doch mal diese rolle effekte an europa kann beim style sexy lady schön also booster nummer 1 schon mal toll wir kommen zu flüster nummer 2 wir öffnen erstmal alles ganz sachte so wie es gehört ok eine anleitung habt ihr gerade gesehen da ist eine anleitung soll versucht die mal rauszuholen die klebt fest habe ich geschafft aber die anleitung habe ich schon mal präsentiert deswegen brauchen wir erstmal nicht wir kommen ob sie zwar bin ich schon an der kamera habe ich gespoilert nein nein ihr habt nichts gesehen ihr habt nichts gesehen gar nichts nein nie als flieger ein jetpack jetpack ddd ddd poste element neon crystallized nia schön das blau und pink gefällt mir action legacy pixel rollentausch und die letzte karte oha duo power pixel und master wu also meister wu master wu sieht ja interessant aus und wie immer diese also diese holographische effekte gefallen mir sehr schön ich weiß gar nicht wie oft ich jetzt schon schön gesagt habe aber die sind halt schön ich weiß gar nicht wie ihr das anders behaupten könntet ich finde jede also jede serie hat irgendwie was besonderes von diesen legolin jago zeugtel und ich mache sie mittlerweile gerne auf als pokémon karten wobei ich habe immer noch bock also pokémon habe ich natürlich immer noch im petto postelement nur als allein also bezahler hier im kanal für alle produkte die ich euch zeige kaufe ich ja mit meinem eigenen geld und bei pokémon da geht es schon ganz schön ins geld nia's ninja drache kristallized giant drache oder sieht aber cool aus starkes pflaster trainingspartner ich drehe mal wir haben als erstes duo kristallized mr f und vergeltungs stein grobianu schöne karte ausgesprochen toller holo effekt ja und dahinter verbirgt sich wow was für eine schöne karte ultra drachen ultra gold drache jay und guckt euch mal diese holo effekte an es ist doch mega guckt euch mal so kristallisiert das ist wirklich kristallisierend ach du grüne neune haben die das cool gemacht ich versuche es mal ein bisschen besser rüber zu bringen aber es ist schwierig jetzt jetzt da hier sieht man es ne hammer eine sehr schöne karte wundervoll wo auch die mache ich mal am besten noch separat hier hin wow wir kommen zum letzten booster aber wow wirklich wow schön so wir kommen zum letzten booster so karte nummer eins ist team neon overlord automechaniker und harumi alle für ein saints gold drache chat gold drachen chat also der gold drachen chat so dann haben wir kristallisierend meister wu in seinem goldenen outfit vergeltungs steinkrieger und wir haben kristallisierend totenkopf magier auch in einer sehr schönen holografischen karte wow wundervoll jetzt schauen wir uns noch mal die zwei besten karten aus diesem produkt an nämlich die limitierte gold edition karte team onigamadon und leute und die ultra gold drache j die sind sagenhaft oder meine lieben leute das ist auf jeden fall schon mal das blister zu also das ego blister zu lego indiago der serie 8 ich habe noch zwei weitere im petto die werde ich jetzt auch für euch aufmachen ich hoffe euch hat das video gefallen wenn ja lasst mir ein like da abonniert den kanal und aktiviert die glocke wir sehen uns dann mit einem nächsten video wünsche euch noch viel spaß und bleibt gesund bis bald tschüss und servus